ich bin da hinter dir, hinter dir, hey, 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 wollen wir tauschen? ja, komm her wow, ich habe sogar genug money für dich ja, ich auch, zwei magazine hier sollst du dich so rausschmeißen? ja, ja, schmeiß einfach raus weiß ich danke dir ja, ich habe einen Snipe und ich bin dort ich glaube, ich habe ihn hier ganz gut gebrauchen piff, piff wo ist er denn? Bunker? wir sind im Bunker, ja ich komme über den Hügel gerade alle weg wir können zaubern, weißt du ja waaah schubst er mich in die Kisten rein ne, hier ist nichts schade, hier drinnen kann der Aether spawnen und der ist einfach mal knapp 300.000 wert oder so wow also wenn Nity den Schritt hier immer vorgibt einmal quer rüber, dann habe ich immer Schiss abgeschossen zu werden ja ja weißt du, du kennst die Karte hier schon gut oder wie? ein wenig, ja ich weiß, hier kann der Boss spawnen ja ne, nicht in den Raum aber ja komm, jetzt nehme ich mal dieses Scheiß Xenoma mit wenn ich es schon dauernd vor der Nase gehalten kriege ja so wechsel wir gehen links rum mhm oder nicht oder doch da war eine Birne drinnen, die wollte ich haben eine Dirne ihr seid links rum ja ein Stück Seife, ich kann mich waschen sehr gut erst zu Weihnachten ja, Trappenkiste hier hä? ich wollte das Messer nicht ach ich hab B4 fehlt, ne das ist doch Riesenwurst hier alles, oder? ja ich geh mal rüber hier was ist das, ein Computer? ja, du such doch oh ja so rame ich mich auch mit ich glaube wie ist das denn bei mir auf der Stelle? du läufst bei uns auf der Stelle vor allem das geile ist du stehst genau in der Tür ach ja da ist der Paxi ich? ja du läufst nur bei uns ich äh lauf ja aber rum ich glaube du wirst gleich high speed schießt dadurch mich durch ja weil du gerannt bist in einer etage über euch wie bist du raus oder was kann man die türen nicht zu machen du stellst dich hier so hin wieso wieso passiert das ist das was du das du affe schießt ihr an die wand und ich erschreibe mich weil ich fast angeschossen wurde das gleiche kugel zwischen den augen wenn du den kopf wackelst dann treffe ich nicht hast mich in ruhe schock des lebens und da lacht sich da ein ab schon bin ich von links hier auf ist aber weit weg ja wo gehen sie denn wenn einer bei mir reinkommt habe ich einen arsch ich habe das nicht mehr ja wir sind auch wir haben noch ganze 25 minuten zeit ne what jo habe mir auch gerade gedacht das ist ja luxus ladebeute bei 80 prozent circa gut hat es mich jetzt nicht mehr erschrecken hat auf wieder da weiß aber warum kann mich nicht bewegen und gleich ja warum kann ich jetzt in der tür ich kann mich nicht bewegen kann mir nur drehen gemeinsam in town wieder zurück ja es geht nicht nicht mal da musst du alte vier drücken also du musst das spiel abwirken damit er wieder rein schreien kann selbst das geht du sollst nicht das kurz schließen du sollst einfach nur alte vier drücken okay die schüsse kommen näher du hast das gut geschlossen das habe ich auch noch nicht erlebt du kommst ne auf den gang kann ich davon da nicht ziehen nein aber nicht das bist du nein ich bin hier ich bin einfach noch bei mir also ich habe gerade rausgefunden AF4 funktioniert auch wunderbar für discord und nicht für das spiel dann mach eben bei Affenblick sehr gut ich glaube ich war im desktop und konnte mich deswegen nicht bewegen ich bin mir nicht sicher ich weiß es nicht Liti kann jemand über uns sein aber ich habe gesagt macht ihr mal weiter looted ihr ruhig wartet nicht auf mich das war ja eh nur ein Scaff von mir da auch versucht auch rein zu joinen geht auch noch ja wir sind auch auf jeden Fall hier wir haben ja nicht viel Zeit ne wir haben 20 Minuten haben die noch ok ja gut 2 in 2 weil das rum da ist ja ich versuch es wenn es geht aber wenn es jetzt gleich wieder rumspackt dann äh egal ja nichts mehr ja dann war ich das bestimmt ich komm wieder rein ja wir bluten jetzt weiter ja wir bluten jetzt weiter ja wir bluten jetzt weiter alles klar ihr seid ja dann trotzdem noch im Gebäude her oder? ja ja wir gehen nur ein paar Etagen höher alles klar ja passt schon bei dir hoch Liti ja ich bin oben ich bin oben ja bei dir hoch ne ich bin oben nicht so lang ich bin jetzt direkt weiter hoch komm gib mir ne sicke Waffe ne AK 104 die nehmen wir auch ein Aschenbecher brauchen wir nicht Alte 4 ist voll dabei eh ey Waffenkist ist ne Sonnenbrille drin echt jetzt will ich mich das Spiel natzen oder was? Ach gut, ich bin doch nicht rausgeflogen. Ach schau mal, bist du so ruhig? Ja, ich hatte da ein leichtes Problem. Üben sie du. Nicht. Nicht alles. Hallo. 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 Ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Doch jetzt. Sehr gut. Rent ihr? Ja, ich wollte es. Welche Etage seid ihr? Liegt ihr überhaupt eine Etage? Ja, wir sind der ersten. Wer liegt denn da schon tot rum? Lass doch den armen Mensch schlafen. Nö. Jalla. Ein Filter und ein Teapot hier oben gefunden. Nice. Ach ja, hier ist jemand tot. Guck mal. Ja. Den habe ich seinen Rucksack gerade richtig abgenommen. Ja, ich hab auch mal. Ich klaue dir mal die Mütze, ne? Mir ist kalt aufm Kopf. So viele Monitor und kein Rechner hier. Toll. Klick, klick, klick macht er. Ja. Ich will grad, ob da oben irgendwo ein Snipes sitzt. Hey Wesbo, wo bist du? Ich bin hier hinten in dem Raum. Aber, war auf zu schubbern. War auf zu schubbern. Oh Mann. Was trägt sich hier vor, Michel? Ja, Egard. Egard! Einen schönen. Geht's Egard? Komm. Komm. Aufs Dach oder was? Nee, nee, nicht aufs Dach. Ich hab einen Trainer hier. So, du weißt wo, wo du mich schon mal gefunden hattest. Hey. Ach, rechtes Fenster nach unten, ne? Hier ist der Titi die ganze Zeit, oder? Hallo. Titi, rechtes Fenster nach unten? Versuch doch. Ah. Das wird weh. Gar nicht weh. What? Wie kommst du hier rein? Ja, so manche Sachen, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ah. Grafikkarte abgestaubt? Oh. Mal kurz, äh, nen Rucksack hier fallen lassen, der war dann auch immer weg. What? Meins. Ich dachte, ich bin hier mal ungestört, hier in meinen kleinen Räumchen hier. Ich geh mal einen Zweiter hoch. Wart ihr da schon? Ja. Oh, da liegt einer. Der liegt hier rumgewütet, oder was? Hey. Nimm nicht. Oh, guck mal hier. Alles. Schon gut verkaufen. Oh, ich bin voll. Hey, ich komm mal wieder rein. Komm mal wieder zu euch runter. Hier liegt doch ein Scaf Rucksack. Wo? Bei mir hinten hier. Obwohl Scaf, groß, ne? Ja, aber so groß wie nen Berghut. Ja, du hast schon den gleichen auf. Ja. Will den trotzdem keiner, oder? BB, Andy. Andy. Dir geht's auch gut, Eggert. Wir machen hier echt gerade ein paar gute Runden. Ja. Nicht gerade, das ist sehr interessant. Und ich will unbedingt raus. Ich will nicht sterben. Das hat gemacht. Ich wär auch dafür, dass du rausgehst. Auch wenn ich noch ein bisschen looten kann. Ich kann auch noch looten. Wir haben hier noch ein paar Puzzis, oder? Hier oben habt ihr schon alles leer geschlürft. Weil das geht. Aber das wurden wir heute gemacht, Eggert. Das war krass, dass wir heute noch keinen einzigen Boss gesehen haben, ne? Die haben halt Angst vor uns. Spawn die nicht mehr so häufig? Eigentlich schon, aber... Die sind wahrscheinlich sehr schnell weg von anderen Spielern. Ja. Machen da jetzt viele die Challenge hier. Ach, die Boss Challenge, oder was? Mhm. Ohne einmal zu sterben. Und was ist das für eine Challenge? Alle Bosse töten, ohne zu sterben. Soll daran so schwer sein? Warte, bist du auf dem Bostreffen? Glaub mir der Boss auf Woods, wenn der als Sniper loslegt, äh... Den siehst du noch nicht mehr und du bist tot. Okay. Äh, wo seid ihr denn? Ich bin jetzt irgendwie im ersten Stock. Ganz unten? Ne, nicht ganz unten. Einen drüber. Ich mach hier grad noch nen Aktenschrank leer. Wie du bist schon weg. Ich bin schon längst raus. Wohin denn? Äh, warte, warte. Ja, du kannst mir nur erwischen, so viel Krach wie ich machen. Ja. Da komm, lass mal gucken, wo der Liti... Bist du vorne am Eingang wieder raus, oder was? Oh. Oh. Ja, wir haben hier einen. Bist du das, Liti? Ja. 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 Jetzt komm. Lass mal ins andere Gebäude rüber. Du sollst kommen und mir nicht ne Antwort geben. Was gehört, Liti? Du sollst kommen. Aber mute dich, wenn du kommst, bitte. Das hast du nicht gesagt. Doch, jetzt schon. Ja, wir gehen, ne? Können wir den Heli nehmen und dann abfahren? Nein. Schade. Komm, wir gucken mal hier drüben. Das ist mein Heli. Ich hab voll vergessen, dass wir nicht bei Battlefield sind. Wir sind jetzt im Nebenhaus, ne? Ja. Oh, hier war glaub ich schon jemand. Alle Türen offen. X400. Ein Lämpsche. Der Zug. Der Zug. Oh nein. Ach so, Johannes. Der mag den Zug in Warzone. Ah, nix drin. Ey, da freust dich auf ne dicken, großen Giste und die ist leer. Hier war ich noch drin. Das Bad. Kommst du auch noch Liti? Ja. Da draußen. Draußen ist auf jeden Fall was, ja. Ja, er kommt. Er kommt. Wer ist das? Ist das Liti? Liti, wir schießen, wenn du das bist, ne? Wir schießen, wenn du das bist, ne? Wir schießen, wenn du das bist. Tada. Er rennt einmal ums Gebäude komplett. Ich hätte schon längst erschießen, wenn er erschießen bin, ne? Nein. Wir leben ja noch, siehst du doch. Renn mich nicht um, ey. Komm, hier macht er wieder Terz. Hm. Platzet. Nice. Oh. Oh, weitsch. Maxi stirbt. Warum? Nein. Meine Augen sind tot. Ey, so ein Anti-Mate, ne? Au! Hab ich irgendwo... Ich wollte einfach nur mal irgendwo hinschießen, auf blind. Auf blind. Sogar wortwörtlich auf blind. Ich hab nichts gesehen. Oh, weitsch. Oh, gut. Ja, genau. Ein Schuss ist nur drin in der Waffe. Äh, in der Muni-Kammer. Geil. Ein Schuss. Das hab ich gesehen. Weil ich mich Richtung Fenster gedreht hab. Beim Looten. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich wollte dich mal so richtig zusammen... Ach, guck mal hier. ...zu den Ring. Guck mal, du Mann. Oh. Oh. Was ist das? Es ist riesig. Oh, ne gute Weste. Oh, ne ganz gute Weste. Ja. Ja. Ist die groß? Ja. Boah, ist die riesig. Ich kann auch looten. Äh, wir haben nur noch 10 Minuten und ich weiß nicht wo der Ausgang ist. Das wissen wir auch nicht. Ja. Nützt dir voll und gleich kommen wir nicht raus. Wo wissen wir, ob der ja alles gar nicht gehört hat. Also ich hab, äh, KP-Zaun, Heizungsrohr, Kanalschacht, Geftdeckdeuer... Heating Pipe hab ich. Manhole. Hermetic Door. Sag mal, geht der mal weg hier. Weg. Ich hab's doch nicht immer. Bunkertür, Territorium, Kanalschacht, das Heizungsrohr. Hab ich auch. Das Heizungsrohr hab ich auch. Ich bin ganz unten. Bin ganz oben. Äh, nein bist du nicht. Es geht noch weiter hoch. Okay. Ich werde nicht genau Angaben machen. Aber hier schon? Ich bin aber mal ganz oben. Müssen wir, äh, ne, wir müssen raus. Oh, hier ist ein Dach. Oh, hier ist ein Dach. Wir müssen raus. Ja. Man muss sich ja mal umgucken, ne? Ja, vorsichtig nur, ne? Nitti, wo bist du? Ganz unten. Hier gibt's den Keller. Oh, SKS-Mac. Nice. Komm wieder hoch. Ich dachte, wir gehen jetzt in den Keller. Nee, ich geh jetzt raus. Tschüss. Ah. Ich lass dich nicht aus den Augen. Ich euch auch nicht, wenn ich euch wieder finde. Hey. Der kennt aber auch Ecken, ey. Bist du hier so schwer reingeschlüpft? Bin ich im falschen Keller? Können wir jetzt mal raus gehen? Ja. Bexy macht sich für dick. Ich muss mal furzen. Ah. 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 Ups. Verzeihung. Das war mein Gesicht. Schnell abhauen vor Bexy. Was hab ich denn nochmal hier? Ähm. Hermetic Door Heating Pipe. Ähm. Hermetic Door. Oh. Hier. Hier wird geschossen. Ja. Das sind wir. Ich laufe am Hubschrauber links entlang. Ja. 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 Wir sehen dich. Wohin gehen wir? Nach, nach Hause. Ah. Ihr seid ja am Hubschrauber da hinten. Das sind wir. Hier. Also ich muss zum Bahnhof. Oh nein. Oh nein. Du rufst die. Was? Gar nichts. Ich tue hier looten. Äh. Äh. Maxi. Viel Spaß. Was ist das hier? Maxi war's. Renn. Was ist das? Ich wollte mal. Ich hab einfach nur irgendwas. Ich dachte nur was zum Aufheben. Ich glaub das ist ein Fehler ihm zu folgen. Äh. Wer hat alles Kaffee Zaun? Ich hab keinen Kaffee Zaun. Sag mir mal bitte was das ist. Hast du Heizungsrohr, Vespo? Ja. Gut. Dann komm mit. Ich hab auch Heizungsrohr. Wie? Komm mit. Ja, da wollte ich noch hin. Was ist das für ein Kaffee? Was hab ich gemacht? Der ist kaum ein Gegner jetzt. Ja und? Das hast du nicht gemacht. Ja, weißt du wie oft ich hier schon gestorben bin? Komm mit Scapes oder? Komm mit Bosse die mich killen wollen? Ja. Du hast ihn aktiviert, nicht ich. Jetzt echt? Ja. Hat er gesagt, du sollst ihn drücken oder was? Nein oder? Ich wusste nicht mal, dass man da irgendwas drücken kann. Alter, bis ich hier mal durchblicke, ne? Bei den ganzen Beulen. Wollen wir mal ganz kurz noch gucken, an der Grafikkarte. Ihr könnt nur dort stehen bleiben, ich komm wieder. Grafikkarte hört sich aber gut an. Meins. Ha! Drück mich doch nicht hier rein! So, jetzt geht's zum Ausgang. Ja. Auch Heating Pipe oder was? Ja, ja. Wechsel jetzt auch, ne? Heating Pipe. Habe. Das hört man ja auch gerade die ganze Karte. Ja. Ja. Mal gucken, ob sie sich finden. Oh ne. Warum hast du gesagt, ich soll was drücken? Ich hab gar nichts besorgen. Alles gut, wir sind schon fast durch. Lausi, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Wow. Hast du das? Affe, ey. Hä? Der Waffenschrank-Schlüssel hat gar keine Verwendung. Hast du recht an die Rohre? Was? Ne, ich hab noch drei Minuten. Jetzt gleich PAM, bin ich tot. Ach komm, scheiß drauf. Ist nur ein Kanister. Ist davon, wenn man unbedingt noch den zweiten Rucksack haben möchte, ne? Ausgezeichnet. Sehr schön. Freut mich, Lausi. Mir geht's auch gut. Wir haben gerade noch ein bisschen Spaß mit Tarkov. Wie noch. Auf.